Denk an deine Zukunft. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Ich wollte mit euch eigentlich mal so ein Bibelthema durcharbeiten. Weil die Bibel voller Überraschung ist. Aber dann haben wir uns abgestimmt. Wir haben uns abgestimmt. Wir haben uns abgestimmt. Und vielleicht ein bisschen zu stark, zu schwer, zu theoretisch. Also haben wir gesagt, machen wir was anderes. Was so in praxis unseres Lebens hineingeht. Da fangen wir nur noch ein. Ich habe mir gesprochen. Aber ich glaube, das brauchen wir alle. Und eigentlich egal, welche Altersgruppe. Wer die Bibel etwas kennt, der weiß, dass wir in verschiedenen Heilszeiten leben, auch die Kirche Geschichte hat solche Heilszeiten erlebt. Und wir leben heute in der Heilszeit von Laodicea. Und wir leben heute in der Heilszeit von Laodicea. Wo man kein Interesse in der Großart an Gott, in der Kirche. Wo der Jesus draußen vor der Tür ist und anklopft. Und die Leute denken, er ist drin. Und dafür brauchen wir Jüngerschaft, nachfolge. Um wirklich zu wissen, Mensch, was will der Herr eigentlich von mir. Ich wurde zum ersten Mal damit konfrontiert. Anfang der 80er Jahre. Ich war nicht lange gläubig. Und wir haben ziemlich schnell angefangen draußen am Evangelium zu arbeiten auf der Straße. Und ich habe ziemlich schnell angefangen draußen am Evangelium zu arbeiten auf der Straße. Ich habe zwei Brüder, einer aus Nordirland, einer aus Holland. Und wir sprechen über großes Thema Mission. Und dem Herrn ohne Vorbehalt folgen. Und ich höre den lieben Bruder besonders aus Nordirland. Und ich höre den lieben Bruder besonders aus Nordirland. Ich war in Indien. Ich war in Indien. Mit dem Schiff von OM. Operation Mobilization. Logos. Das Buch, das Schiff, ein wichtiges Schiff von Christen, alles finanziert, ausgestattet. Und diese Schiff ist eigentlich weltweit unterwegs und Missions-Einsätze zu fahren. Und er erzählt, dass bei einer Predigt da sich 20, 30 Leute bekehren. Und ich habe mich gar nicht so gefreut. Aber ich hatte gelernt, dass Organisation nicht gut ist. Wir wollen dem Herrn vertrauen und dann vertrauen auf den Herrn ohne Organisation rausgehen in Missions. Das habe ich dem Bruder auch gesagt. Und ich sagte ihm das. Okay, Bruder, du machst ja recht haben, sagte er dann zu mir. Der war voller Power. Und der, der, der mit der Energie durch die Arbeit, sagte, dass du, vielleicht hast recht. Sag mal, wie viele sind denn nach deinen Gedanken, die ich absolut in der Bibel nachvollziehen kann, wie viele sind denn dann ausgegangen? Und ich fragte mich, wie viele sind nachvollziehen? Und ich habe erst einmal darüber nachgedacht. Und ich dachte, wenn der Herr bestimmt etwas sagt, möchte er nicht, dass wir es auch machen. John Darwin hat diesen Problem schon ziemlich früh erkannt in einer Zeit, in der noch nicht so Laudizeier war. Darwin mussten uns konfrontieren, obwohl er nicht, dass wir so Laudizeier waren. Und er sagte eigentlich, was ich... Und er sagt, was ich wirklich entspricht, was ich für den Herr. Dann kann ich mir viele Fehler machen. Und er sagte, was ich für den Herr? Das ist ein geistliches Prinzip. Das ist einfach da. Dann kann man viel leichter auch geistliche Schwachheit und Versagen Menschen gewinnen. Es gibt in der Bibel eine Stelle, in Matthäus 21, 30. Ich habe das natürlich, weil ich nicht wusste, ob Deutsch übersetzt wird oder nicht, in Englisch geschrieben und alles. Ich habe das natürlich, weil ich nicht wusste, ob Deutsch übersetzt wird oder nicht, in Englisch geschrieben und alles. Und jeder, der Englisch kann, sollte sich das anschaffen. Das ist kostenlos im Internet. Eine Fülle von Kommentaren gibt es da. Nur die Bibelausgaben sind etwas alt. Die Bibelausgaben sind etwas alt natürlich. Die Bibelausgaben sind etwas alt. Die Bibelausgaben sind etwas alt. Ich habe die Bibelausgaben. Nächstes Mal bitte. Vor in der anderen. Die Bibelausgaben sind etwas anderes. 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 Ja, das ist das Problem, wenn Deutsch oder auch die polnische Sprache, die entwickelt sich weiter. Und manches wird dann nicht mehr so klar verständlich für die Jugend von heute. Das wusste ich leider nicht. Der Herr sagt einfach, hör mal, es gibt so zwei Leute. Der eine sagen, ich gehe hierher und geht nicht. Und der andere, der sagt erst, ich gehe hier nicht, dann geholt es ihn mit Peter. Also den Willen des Herrn zu tun ist einfach eine ganz schwierige Geschichte. Ich sage euch das jetzt zu Anfang, wie es in der Bibel steht. Was wirklich viele Christen auch so erlebt haben. Aber ich sage euch nicht, wie ich es mache. Denn dann müssten wir noch viel mehr singen, weil ich immer weniger zu sagen hätte. Denn wir mussten wir, ob wir in der Bibel stehen, dass wir in der Bibel stehen. Die Himmelschaft geht wirklich an das Einbewachte, an unsere Substanz. Die, unsere Himmelschaft geht auf unsere Substanz, an unser ganzes Sein, unser menschliches Sein. Oder wie einmal John Wesley sagte dazu, zu Matthäus 6, vers 19 und 20. Leg nicht auf euch Schätze, wo Gott und Ross zerstören. Da hat er gesagt. Kannst du dich kurz aufpassen? Sorry? Kannst du dich kurz aufpassen? Ja, ok. Oder wie John Wesley sagte, über die Serie Matthäus 6, vers 19 und 20. Wie Ehebruch und Mord. Wie Ehebruch und Mord. Und das ist ein hartes Wort. Ich habe gerne was auf der Hogen Kante. Fajne ist, man etwas anderes auf der Hogen Kante. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wenn wir schon bei der Weise sind, vielleicht doch noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen, nämlich Für wen jüngerschaft eigentlich nicht gilt Viele von euch werden aus christlichen Eltern auskommen Bei manchen hat sich der Papa bekehrt und die Mama bekehrt und zum Glauben gekommen an Christus Und da ist es gar nicht so einfach, wenn man das so hört, auch in den Zusammenkünften von den Christen Da ist Sommerzeit, hier ist total heiß Die anderen gehen raus zum Schwimmen Die Kinder von den Christen sitzen hier und hören was von Gottes Wort Aber wir müssen alle etwas ganz wichtiges erlebt haben Die erste Frage, die ich dann richte an jeden uns ist im Neugeborenen Weißt du wirklich, dass du nicht kommst? Weil diese Sichtweise von diesen Dingen ändert alles Ein Mensch, der einfach den Jesus kennengelernt hat und weiß, er starb für mich Und das ist eigentlich die automatische Folge Und das wird, das ist eigentlich die automatische Folge So sind wir Menschen von euch Dann musst du auch erkennen, dass du dich selbst nicht retten kannst Dass ein guter Charakter dich nicht zu Gott bringt Und ich hatte früher, als ich noch nicht gläubig war, habe ich Fußball gespielt Ich war nicht so gut, keine Sorge Aber unser Mannschaftskapitalin war total super Typ Aber unser Kapital drużyny war super Typ Aber nachher ganz abnehmen, Herr Gott Aber er rief Gott Manche Christen sind rein menschlich, viel netter als die Christen Und gehen doch verloren Ein guter Charakter bringt uns nicht zu Gott Glaubst du wirklich, dass der Jesus Christus als ein Stellvertreter für dich auf Kreuz gestorben ist? Und das ist eigentlich das Herrlichste überhaupt, was man das weiß Ja, das gestern gehabt, so eigentlich Man kann das Evangelium nur ganz kurz erklären, ja, ne? Aber das erleben ist so, wie früher die alten Telefonhäuschen Wie? Das erleben ist so, wie die alten Telefonhäuschen Damit das Licht angeht Musst du immer reingehen, das ist ein Schalter, ein Trittschalter Und da geht es Licht an Und das ist einfach das Wort Gottes annehmen und glauben Und dann anerkennen, Jesus Christus ist ein Herr und Wetter Das führt uns sozusagen die Jüngerschaft Ich erzähle euch immer gerne, macht das immer sehr gerne, und ihr kennt das schon fast, der ist schon, der findet das schon, weiß ich nicht Ich weiß nicht, wie viele Mal, tausende Mal ich das schon am Bibelstand erklärt habe Ich weiß nicht, wie viele Mal, tausende Mal ich das schon am Bibelstand erklärt habe Wir glauben an einen Gott Wir nehmen eine Goldene Seite Das ist eine Goldene Seite Das ist eine Goldene Seite Das ist eine Goldene Seite Und dieser Gott lebt in Himmel Und dieser Gott lebt in Himmel Und ist absolut heilig und gerecht und lieb Ich sage das immer, wir haben das gestern so kurz mal gehabt bei der Evangelisation, wenn man mit Muslimen zusammenkommt, wir haben das ja nicht, wir haben ja die Grenze geschlossen, aber wir haben das täglich, dass wir Muslime treffen in Berlin Die glauben doch, tatsache, dass wir Christen glauben, dass es drei Götter gibt, Vater, Sohn, Heiliger Geist Die glauben, das was wir glauben Sie glauben das, was wir glauben Sie glauben, dass wir das glauben Weil ich das weiß, dass es im Koran steht Weil ich weiß, dass es so steht im Koran Weil ich weiß, dass es so steht im Koran Ich sage es ihnen zu allererst, dass wir glauben an einen Gott Er freut sich, aber sagt dieser Gott, muss sich ja irgendwo uns offenbaren, um Liebe offenbar sich, aber unser Herz ist böse. Und das ist durch und durch böse. Es fängt an, mein Freund. Wie alt bist du? Neun. Also mit neun Jahren habe ich schon schlimmer Dinge gemacht. Und das ist unser Herz. Jetzt bin ich 61. Und das ist genau so schlecht wie damals. Als ich neu war. Also brauchen wir neues Herz. Sünde trennt von Gott. Und Gott sagt, ich hab dich lieb mich. Und das ist der größte Stolperstein für ein Moslem. Könnt ihr wirklich für beten? Das ist der größte Stolperstein für ein Moslem, dass Gott in Christus Mensch wird. Das größte Problem. Das Problem. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen und erkennen, er ist mein Stellvertreter, er starb für mich. Und sagt, ich hab mir meine Sünde. Und wenn ich ein Herz weißer anstieg. Ich hoffe, jeder hat dieses weiße Herz. Ich hoffe, jeder hat dieses Herz. Ich hoffe, dass jeder von euch hat dieses Herz. Jetzt. Wo kommt die Jüngerschaft in der Bibel vor? Also das erste Mal, wo ich das in meiner Bibel vorlese, wenn ich die Grundologisch lese, ist Matthäus 5.1. Und ich will das nur vorne wegnehmen. Was wir da lesen, ist eigentlich das griszy Wort Matthäus. Das heißt, lernender oder Schüler. Matthäus. Lernender oder Schüler? Also das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Das ist eigentlich ein Lernender. Ich lerne etwas. Und in Johannes 8.31 sagt Herr Jesus, wenn ihr in meinem Wort seid, seid ihr wirklich meine Jünger. Johannes? Ach, 1.30 hab ich jetzt mal vorgelesen. Evangeliana 8.31. Also das heißt, dass Herr Jesus, wenn ihr euch meine Jünger seid, wenn ihr euch meine Jünger seid, habt ihr euch meine Jünger seid. Aber Herr Jesus war nicht der Einzige, der Jünger hatte. Aber Herr Jesus war nicht der Einzige, der Jünger hatte. Aber Herr Jünger war nicht der Einzige, der Jünger hatte. Mose hatte Jünger. Das stimmt im ganzen Alten Testament nicht. Aber die Pharisäer behaupten, dass in Johannes 7. Aber wir sind Moses Jünger. Aber die Pharisäer glaubt das in Johannes 7. Aber Pharisäer glaubt, dass wir auch meine Jünger sind. Wir sind auch die Ewangelier. Ein Problem haben diese Leute. Aber die Leute haben jeden Problem. Das macht der Herr auch ganz klar deutlich. Wenn ihr Moses Jünger werdet, würden wir das tun, was wir Moses sagen. Johannes der Teufel hatte. Wir werden das jetzt nicht alles aufschlagen, ja? Die Faryseer hatten jünger. Die haben nämlich gelernt davon. Das sind Schüler einfach. Die lernen von dem Vorbild. Der Jezus hat jünger. Die haben wir eben gerade gelesen. Und, habe ich noch eines vergessen? Haben wir auch jemanden? Folgen wir auch jemanden? In den 70er Jahren, ich will das nur von mir sagen. Meine Vorbilder waren Rolling Stones, Beatles. Meine Vorbilder waren, meine Vorbilder waren. Wie kann man das sehen? Die Haare wurden länger. Glocken look. Das heißt, es gibt sich im geistischen Bereich. Wir können überall lernen. Wszędzie możemy sich uczyć. Gymnasium. Glocken look. Now we read. Now, what we need. Wenn wir... Wir brauchen Liebe für Jesus. Liebe für den Herrn Jesus. Wir brauchen Liebe für Jesus. Liebe für den Herrn Jesus. Gibt in der Bibel eine Stelle, dass er uns geliebt hat. 1. Johannes 4. In Römer 5 lesen wir, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und 1. Johannes 4 wiederum sagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Retter ist, der sucht nicht Männer oder Frauen, die ihre wenigen freien Abende ihm geben wollen. Oder ihre Wochenenden. Oder vielleicht ihre Tage, wenn sie irgendwann mal Retner sind. Er möchte gerne, dass wir ihm den ersten Platz geben. Das ist das, was hier so steht, ne? Hier ist es so. Ja? Ok. Die Bibel spricht von einem Bruder Quartus. Steht da nicht. Bruder Quartus. Bruder Quartus steht in Römer 16. Das ist in Römer 16. Der Bruder ist so schön. Ich hab das hier im Leben aufgeschrieben. Jetzt müsste ich das auch sagen. Bruder Quartus steht in Römer 16. Der hat den Brief geschrieben. Bruder Quartus steht in Römer 16. Der hat den Brief geschrieben. Bruder Quartus steht in Römer 16. Und es gibt noch den Bruder Sekundus in Apostelgeschichte 20. Aber den braucht er jetzt nicht mehr lesen. Und alle diese Worte sind lateinische Worte. Quartus ist der vierte. Terzius ist der dritte. Sekundus ist der zweite. Aber Bruder Primus... Oh, sorry. Also, es gibt in der Bibel Bruder Quartus, das ist der vierte. In der Bibel Bruder Quartus, das ist der vierte. Übersetzt, das ist der vierte. Der Bruder Terzius ist übersetzt der dritte. Der Bruder Sekundus ist der zweite. Und dann gibt es noch Bruder Primus. Ist das Primus? Nein, den gibt es nicht. Ja, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Den ersten Platz, in unserem Leben soll der Jesus Christus haben. Also, keinen Bruder Quartus. Und der Jesus selbst... Primus. Äh, Primus. Sorry. Oh, mein Gott. Wie geht denn hier los? Oh, wie geht denn hier los? Oh. Oh, die Maus ist weg. Da ist er. Oh, da ist er. Nein, die Musiker sein. Okay, ist kein wichtig. Also, kann ich weiter runter scrollen? Vielleicht der Herr spricht in Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ist das ein hartes Wort, wenn der Herr sagt, ich möchte gern den ersten Platz in deinem Leben haben? Dann nicht einfach, weil er sich aufträngt, weil er weiß, wie wir sind. Ich erinnere mich, einen jungen Mann aus dem Teil von Berlin, wo ich her komme. Der kam wirklich, der hatte erkannt, Mensch, Jesus ist die Wahrheit. Und er hatte dem Herrn seine Schuld bekannt. Und so lernten wir ihn kennen. Und dann kam er zu uns im Bibelkreis. Aber seine Eltern, ganz strenge Katholiken, die das auch nicht so glauben. Gibt ja auch Katholiken, die glauben das. Nie, nicht. Und die haben gesagt, wenn du auf dem Weg weiter gehst, dann will ich enterben. Wir tun Gott kein Gefallen, wenn wir an seinen Sohn glauben. Aber wir tun unsere Seele einen riesigen Gefallen. Wir tun Gott kein Gefallen, wenn wir an seinen Sohn glauben. Der Herr spricht in Matthäus 16, 24 über all diese Kosten der Nachfolge. Könnt ihr bitte lesen? Ja könnt ihr bitte lesen. Ich habe alles in Englisch, also was passiert? Ja, bitte. 24 und 25. Also wir merken, wenn der Herr spricht, dann sagt er nicht einfach, wenn man sie nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Wenn man bestimmtes Essen nicht mehr und bestimmte Vergnügungen nicht mehr aufsucht. 25. capello? 20. 20. 23. 23. 25. 27. 26. 27. 28. 27. 28. Und als ich, und das ist eigentlich die geistische Bedeutung der Taufe, als ich getauft wurde, du getauft wurdest. Da ist der alte Rüdiger vor Beispiel oder der alte Jonas. Und aus dem Wasser kam der neue Rüdiger oder der neue Jonas. Und das ist Stellung, das ist Stellung. Praxis ist das, was der Herr sagt. Ja, ja, das ist das, was der Herr sagt. Hast du damit keinen Kollegen? Masz z tym problem. Der Herr nennt drei Voraussetzungen, ihm zu folgen. Trzy Voraussetzungen, ihm zu folgen. Trzy Voraussetzungen, ihm zu folgen. Trzy Voraussetzungen, ihm zu folgen. Wir wissen nicht, wer William Farrell ist. Wir wissen nicht, wer William Farrell ist. Wer hat das gesagt? Er war Reformatorin in Schweiz. Er war Reformatorin in Schweiz. Oh, jetzt habe ich hier Mr. Meck. Er hat eine kommentierung zu diesem Bibliothek geschrieben. Kannst du das noch lesen? Das war auf Polnisch. Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzucenia się całego świeckiego zatrudnienia, aby poświęcić się pewną etatowej chrześcijańskim studium. Ale oznacza to, aby pobierzyć się każdemu zadaniu, które on ma dla Ciebie. Jak straszne jest to na przykład do kogoś, kto został powołany do życia misjonarzem, ale kto pozostaje w domu, a w razie głównie nawet może urządza piękny dom i urządza się w tym świecie, ale jednocześnie tęskni za ścieżką, którą Pan miał dla niego. Jakże błogosławiona będzie nagroda w tym dniu dla tego, kto wyrzega świętego wszystkiego i wyrusza z jadą? Ufając Panu, w dalekiej stronie, aby żyć wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, ale potrzebują kogoś, kto powierza im o Jezusie. Dlatego wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, dlatego dla tych, którzy ze względu na Chrystusa i na Ewangelii, ja widzę własnego życia, jaka będzie ich nagroda na miejscu Sądu Chrystusowego. Lęga tekst, habt ihr ein bissel vererlicht? To był długi tekst, czy żeście go zrozumieli? Der meint eigentlich, no mal. Tutaj chodzi o to. My mówimy teraz o naśladownictwie. O uczniostwie. O tym, jak służyć Panu. I dla niejednego z nas jest to wielkim problemem. A ja mam już 61 lat. i ja mam 48 lat. I mam 40 lat. I mamy dostałem rodziców, a ja mam 40 lat. Und für manche Dinge habe ich, doch im Laufe der Jahre, enorm viel Zeit und Einsatz investiert. Wo es gar nicht wert war. Ich kenne einen Christen, der hat enorm viel Geld gehabt. Das ist kein Problem viel Geld zu haben. Aber er hat sich gewöhnt. Ich bin der, der am meisten hat vor dem Gläubigen. Aber er hat sich gewöhnt. Ich bin der, der am meisten hat vor dem Gläubigen. Aber er hat Schiffbruch gelitten. Schiffbruch gelitten. Und er musste, er hat sich gewöhnt. Schiffbruch heißt, es war angegangen, geistlich, nichts mehr zu sehen. Ein sehr begabter Mann, sprach viele Sprachen, war super im Artikelieren und Verständnis machen von Dingen. Aber wie schrecklich ist das am Ende dann, obwohl du berufen bist von Gott. Stehst du mit leeren Händen? Stehst du mit leeren Händen? Stehst du mit leeren Händen? Was hat dein Leben gemacht? Sein Kreuz tragen. Und mir nachfolgen. Und mir nachfolgen. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Sein Kreuz tragen heißt nicht zu leiden, wie er gelitten hat. Wir haben einen danken, wie es sich zu leiden ist. Wir haben einen danken. Weil in seinem Leiden am Kreuz ist er einzigartig. Wir haben einen danken. Ja noch nie zu lesen. Und er hat sich in seinen Mund gefunden. Er hat sich nicht zu leiden, und er hatte sich in seinen Mund gefunden. Und er hat an das Kreuz gehen. Aber der dort leidet um unser Peale. Und wo Gott all die Schuld unseres Lebens auf ihn legte, als ob er es getan hätte. Das war sein Kreuz. Aber wir haben auch ein Kreuz. Der Kreuz hat eigentlich die Bedeutung hier von Verachtung. Das ist unser Kreuz. Das müssen wir jeden Tag aufnehmen. Das ist, wenn du noch in der Schule bist. Und alle machen anders. Es ist nicht leicht dagegen zu stellen. Dann musst du ein lebendiger Fisch sein, der gegen den Strom schwimmt. In der Uni. In der Universität. Überall laufen Feten. 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 Partys. Ja, danke. Du sagst, ich mach mich weg. Ich bin in der Außenseite. Ich bin in der Außenseite. Und bewusst, das ganz bewusst wählen. Es ist nicht immer leicht. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und das aufnehmen machst du ganz bewusst. Oder wie jemand mal gesagt hat, du hast bewusst unehre und Anklage gewählt. Und das ist so. Und das ist so. Und das ist so. Verbrennungen. Ich bin in der Bibel. Es gibt so eine Geschichte, die jüngeren. Es gibt so eine Geschichte, in der Bibel. Ich habe gehört von manchen, gar nicht in der islamischen Welt. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, damit man mal erklärt, wie problematisch das ist. Ich möchte Ihnen über einen Bekannten, heute hörte ich von diesem Missionar, einen sehr beeindruckenden Mann in Algerien. Er arbeitet in den Bergen, wo die Berber wohnen. Berber? Kennt ihr das? Berber? Berber? In der Norden Afrikas. In der Norden Afrikas. Genau, es geht nicht. So, und dort geht ihr hin und überall besucht die Leute in den Häusern. Mit den Frauen darf er nicht reden, weil er ein Mann ist. Deshalb spricht seine Frau mit den Frauen. Eine Frau kommt zum Glauben. Eine Frau kommt zum Glauben. Und der Mann, der in den Schord stein kommt auch. Da kommt der Mann vom Dorf. Der führende Mann. Besuch den Mann, unsere Schwester. Deine Frau Leila kocht. Es ist jetzt Ramadan. Frau Friede Mohammed hat es verboten. Du weißt, was du zu tun hast. Na, der Mann, was macht der? Er holt seine Klippe. Wenn sie nicht gehorcht, dann sie wirklich gehorchen. Weil da war eine Frau, die hat ihr Kreuz auf sich genommen. Und dann nimmt er den Knüppel. Dicken Stock. Und beginnt seine Frau zu schlagen. Das ist bis heute. Ständige Situation im Islam von der Mann. Das kostet etwas, dem Herrn zu folgen. Aber er ist es wert. Weil er hat gesagt, folge mir. Folge mir. Hast du mal gesehen, das Leben ist in Jesus? Widzige dich in Jesus? Hat er gefragt, als er am Kreuz war? 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 Ist denn, ich nehme jetzt wieder paar Beispiele, ja? Das ist Liebe Gottes. Sein ganzer Dienst galt nur dem anderen. Sein Eifert. Sein Eifert. Sein Eifert. Sein Eifert. Sein Eifert. Sein Eifert. Seine Hingabe. Jego Pochnecenie. Immer nur für alle. Gute immer nur für alle. Der Matthäus. Hat das Evangelium geschrieben. Der Sitz am Zollhaus. Da kommt der Jesus. So beschreibt er das. Und dann sagt er ihm. Folge mir nach. Der wird sich doch wohl die Dame gemacht haben, dem er danach kommt. Und ich kann euch sagen. Ich habe euch eben das Beispiel von dem Andreas gesagt. Becker. Wo der Papa gesagt hat, der wird er, wenn er weiter mit Jesus geht. Der hat darauf gehört. Der hat darauf gehört, aus dem Papa. Hat aus dem Papa gehört. Und kam nicht mehr. Ich habe ihn Jahre später wieder getroffen. Auf der Schule, wo meine Kinder hingegen. Ich habe einen traurigen Andreas gesehen. Verlierst alle Freude. Er ist es wert. Denken wir. Ach, es gibt viele Beispiele. Und jetzt müssen wir uns das auch mal klar machen. Was steht hier oben? Fair good love for all who belong to Christ. Das erwartet eigentlich der Herr von seinen Jüngern. Auf der Schule. Und... ... 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 Ich muss mich doch hinsetzen, ich muss erst mal überlegen, Mensch, wird das überhaupt was bringen, dass ich gegen so eine Übermacht trotzdem gewinne? Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr dieses Wort. Und das ist einfach die ganz natürliche Frage, was traue ich diesem Herrn zu? Was kann das bedeuten für dein Leben? Vielleicht müsste sich da was ganz konkret erinnern. Der Herr ist nicht eine spezielle Klasse von Menschen, von Werken, also ganz besonders, die, die möchte ich gerne haben. Und er sagt auch nicht, ich möchte nur, dass du ein bisschen mit machst, ja? Und du hast gut Willen gezeigt. Der Herr ist auch nicht von einem Teil meines Besitzes, was er gerne haben möchte. Der Herr ist auch nicht von einem Teil meines Besitzes, was er gerne haben möchte. Er meint, der verlässt alles, meint, meint wirklich alles. Und das kannst du nicht als junger sein. Und das ist derselbe, der gesagt hat mit diesen Schätzen, die nicht aufgelegt werden soll, diese Erde. Und da müssen wir uns immer wieder klären, Herr Mensch, will ich die Kosten, will ich die überschlagen? Das macht Lukas 14 deutlich. Und das sind nicht ganz spezielle Kaste von Brüdern jetzt, die hier vorne sitzen. Ja, ich bin ugerlich. Ich bin wirklich bereit. Die erste Partie ist immer ein bisschen länger. Und die zweite Partie ist kleiner. Also, wir müssen uns fragen, sind wir bereit, die Kosten zu tragen? Und wir mögen vielleicht jetzt als extrem hingestellt werden. Oh, der will es aber jetzt ganz genau machen. Also, ich möchte euch ein Beispiel zeigen. Die Geschichte dazu erzähle ich euch nach der Pause. Die Geschichte hat mich sehr berührt. Deshalb habe ich gedacht, ich erzähle, wir singen jetzt das Lied zusammen. Dann machen wir eine Pause. Könnt ihr das lesen? Oh. Was da in Ordnung ist so? In Ordnung ist so. In Ordnung ist so. Okay. Und zwar heißt es, I am decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und bedenkt daran, wenn er singt, als ob er so will. Und wie der Matthäus seid. Der Herr sagt, folge mir nach. Und ich folge ihm nach. Und ich habe, dass es so ausgesprochen ist, dass er in Ordnung ist. Wie Herr, der 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 Herr. Aber ich möchte euch erst mal erzählen, ich habe immer so ein bisschen nicht so gut von dem Lied gedacht. Ich kannte das schon jahrelang, jahrzehntelang. Und ich habe immer so ein bisschen da gesagt, Mensch, weltlich hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Ah, das ist theologisch nicht so ganz richtig. Dann habe ich gehört, die Geschichte von dem Mann, der den Text geschrieben hat. Und das nehme ich hundertmal zurück. So, wir singen das auch. 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 Jesus Christus A krzyż przede mną, ten świat jest za mną A krzyż przede mną, nie wrócę już, nie wrócę już Ach zabierz światem, a daj mi spawcę Ach zabierz światem, a daj mi spawcę Ach zabierz światem, a daj mi spawcę Nie wrócę już, nie wrócę już